Langsam hebt sich der dichte Nebel und nach Monaten der Kälte entlässt der Winter den Nordwesten der USA endlich aus seinem eisigen Griff. Bäume und Sträucher haben die weiße Last bereits abgeschüttelt, nur die Berggipfel sind noch von Schnee bedeckt. In den Tälern ist der Wald zu neuem Leben erwacht, Luchse durchstreifen ihr Revier und die mächtigen Vapitis können sich nun endlich von den Strapazen des Winters erholen. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft. Weißkopf-Seeadler ziehen ihre Kreise über dem Spirit Lake. Und über allem thront einer der schönsten Berge Amerikas, der Mount St. Helens. Doch am Morgen des 18. Mai 1980 ist alles anders. Binnen weniger Minuten hat der Ausbruch des Vulkans das Land in eine Mondlandschaft verwandelt. 57 Menschen kommen ums Leben, unzählige Tiere verenden. Es ist die größte Eruption der Neuzeit auf amerikanischem Boden. Wird sich der verwüstete Berg jemals von dieser Katastrophe erholen? Wird die Natur das geschundene Land wieder zurückerobern können? Charlie Crisafulli hat einen Großteil seines Lebens damit verbracht, dieses Gebiet zu erforschen. Seit drei Jahrzehnten versucht er, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern diese Fragen zu beantworten. Das ist die Geschichte von der Wiederkehr der Natur an den Mount St. Helens. Die Geschichte vom Sieg des Lebens über den Tod. Bald nach dem Vulkanausbruch traf der amerikanische Kongress eine historische Entscheidung. Der Mount St. Helens wurde zu einem Schutzgebiet erklärt. Große Teile sind seit damals nur Wissenschaftlern zugänglich. So entstand das grösste Forschungslabor der Erde. Der Biologe Charlie Crisafulli war von Anfang an dabei. Wir kamen 1980, wenige Tage nach dem Ausbruch an den Mount St. Helens. Wir waren mit einem Helikopter von einem der umliegenden Waldgebiete aufgebrochen. Als ich hier eintraf, war ich völlig schockiert, richtig gehend sprachlos. Ich konnte einfach nicht glauben, was ich sah. Soweit das Auge reichte, gab es kein einziges Anzeichen von Leben. Ich fragte mich, ob Tiere oder Pflanzen so eine Katastrophe überhaupt überleben können. Ob es jemals wieder so aussehen würde wie früher. Würde es die Natur schaffen, das Land wieder zu besiedeln? Der Mount St. Helens liegt an einer geologisch äußerst aktiven Zone. Er ist Teil des sogenannten Ring of Fire, des pazifischen Feuerrings. Dieser Vulkangürtel umschließt den gesamten pazifischen Ozean, von der Berikstraße bis Neuseeland und von Südamerika bis Alaska. Entlang dieses Gürtels stoßen und zerren Kontinentalplatten aneinander. Und das führt immer wieder zu verheerenden Erdbeben und schweren Vulkanausbrüchen. Der Mount St. Helens sitzt auf einem dieser Hotspots. Gemeinsam mit drei anderen Vulkanen. Dem Mount Hood im Süden, dem Mount Rainier im Norden und im Osten dem Mount Adams. Gemeinsam bilden sie ein gefährliches vulkanisches Quartett. Unweit des Mount St. Helens wird die kleine Juan de Fucca-Platte langsam unter die riesige nordamerikanische Kontinentalscholle gedrückt und aufgeschmolzen. Durch Risse im Erdmantel steigt das geschmolzene Gestein nach oben, kühlt ab und verschließt die Risse. Wird der Druck im Vulkan zu groß, explodiert der Berg. Genau das geschieht am Morgen des 18. Mai 1980. Das ist die Rekonstruktion der Katastrophe in Echtzeit, basierend auf 24 Fotos. Um 8.32 Uhr lässt ein Erdbeben die gesamte Nordflanke des Mount St. Helens abrutschen. Eine gigantische Schlamm- und Gerölllawine, durchsetzt mit Eis und Schnee, donnert ins Tal. Von der Last des Berghangs befreit, entlädt sich die im Inneren des Vulkans aufgestaute Energie in einer verheerenden Explosion. Nach dem Erdrutsch überrollt eine mehr als 300 Grad heiße Glutlawine aus Gas, Geröll, zerschmetterten Bäumen und Felsblöcken die Wälder und walzt alles nieder. Teile der Erdmassen stürzen in den Spirit Lake und türmen das Wasser des Sees zu einer gewaltigen Flutwelle auf. Diese Welle rast über den See und prallt an die gegenüberliegende Bergkette. Erst aus der Satellitenperspektive lässt sich das Ausmaß der Zerstörung erkennen. Binnen wenigen Minuten hat der Vulkan eine Fläche zweimal so groß wie München verwüstet. Am stärksten ist das Gebiet direkt unter dem Krater betroffen. Die Gerölllawine hat den Wald weggerissen und verschüttet. Riesige Eisblöcke, die zu Tal gedonnert waren, schmolzen. In der glühenden Hitze der pyroklastischen Ströme verwandelte sich das Eis schlagartig in Dampf und riss unzählige Krater in das Land. Zurück blieb nichts als dampfender Bimsstein. Alles Leben wurde ausgelöscht. Auch im Spirit Lake wurde, vielleicht mit Ausnahme einiger Bakterien, alles Leben vernichtet. Das heiße Geröll und die vulkanischen Gase der Druckwelle haben das Wasser zum Kochen gebracht. Die Gerölllawine ließ den Wasserspiegel des Sees um mehr als 60 Meter ansteigen. Und die Flutwelle riss hunderttausende Bäume, tonnernd von Gestein und unzählige Tierkadaver in den See. Der Spirit Lake ist zwar nicht verschwunden, aber die heiße, dampfende Brühe hat mit einem klaren Bergsee nichts mehr gemein. Das Tal des Total River wird ebenfalls von der vollen Wucht des Ausbruchs erfasst. 21 Kilometer weit rast eine Schlamm- und Gerölllawine das Flusstal hinunter und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Heute ist das Tal rund 40 Meter tief unter Schutt und Asche begraben. Das größte von der Explosion in Mitleidenschaft gezogene Gebiet ist die sogenannte Blowdown Zone. Die Energie des Ausbruchs reichte zwar nicht mehr aus, um das Land völlig zu vernichten, doch im Umkreis von 30 Kilometern wurden jahrhundertealte Bäume entwurzelt oder wie Streichhölzer umgeknickt. Am Rand dieser Zone konnten die Bäume der Druckwelle standhalten. Doch ihre Äste sind verbrannt und zeugen noch heute, 30 Jahre nach dem Ausbruch, von der schier unermesslichen Gewalt der Eruption. An diesem Tag verlor der Mount St. Talons 400 Meter seines Gipfels und die komplette Nordflanke. Zurück blieb ein hufeisenförmiger Krater von zwei Kilometern Durchmesser. Nur wenige Wochen nach der Katastrophe beginnen Wissenschaftler mit einer ersten Bestandsaufnahme. Unter ihnen ist der junge Charlie Krisefoli. Nichts hätte mich auf das gewaltige Ausmaß der Zerstörung vorbereiten können. Alles war verwüstet. Es gab nichts als Asche. Und nirgends auch nur das geringste Anzeichen von Leben. Die ersten Suchexpeditionen sind gefährlich. Der Berg wird von Erdbeben erschüttert und kann jeden Moment wieder ausbrechen. Zu dieser Zeit entdeckte Charlie, nur wenige Kilometer vom Krater entfernt, einen kleinen dunklen Hügel frischer Erde. Was konnte die sengende Hitze so nahe der Ausbruchstelle überlebt haben? Ein kleiner pelziger Nager, die nördliche Taschenratte, hatte den Inferno getrotzt. Doch sein ehemals grünes Zuhause ist einer Mondlandschaft gewichen. Einige Taschenratten hatten den Vulkanausbruch unverletzt überstanden. Während das Land um sie herum in Schutt und Asche versank, gingen sie gut geschützt in ihren Bauen ihrem täglichen Leben nach. Im Sommer 1980 ernährten sich die Taschenratten von Wurzeln und Pflanzenresten, die ebenfalls vom Ausbruch verschont geblieben waren. Die Frage war, haben die kleinen Nager eine Chance, in dem verwüsteten Land auf Dauer zu überleben? Wird die Natur jemals wieder an die Hänge des Mount St. Hallens zurückkehren? Jene Zone, die am meisten unter dem Ausbruch gelitten hat, ist die Pommes Plain, die Bimsstein-Ebene. Hier war extrem heißer, mit Gas angereicherter Bimsstein mit hoher Geschwindigkeit über die Ebene gerast und hatte alles lebend vernichtet. In nur vier Stunden wurde das Land zu einer riesigen, sterilen Wüste. Nichts konnte das Inferno direkt am Fusse des Vulkans überlebt haben. 1982 flogen wir in einem Helikopter in geringer Höhe über die Pommes Plain. Plötzlich entdeckten wir eine einzelne Lupine, genau hier, nur einen Meter hinter mir. Wir landeten und untersuchten die Pflanze. Es war tatsächlich eine Prairie-Lupine. Doch wie war die Pflanze hierher gekommen? Und wie konnte sie in dieser lebensfeindlichen Umgebung gedeihen? Der Same dieser Pflanze, die hier als erste Wurzeln schlug, stammt wahrscheinlich von einer Lupine, die auf der der Explosion abgewandten Seite überlebt hatte. Die Fähigkeit der Pflanze, mit Hilfe von Bakterien Stickstoff aus der Luft zu binden, lässt sie auch auf kargstem Boden wachsen. Jolly machte eine weitere faszinierende Entdeckung. Die Lupine und die Taschenratte sind Teil einer nahezu unglaublichen Symbiose. Die kleinen Taschenratten ernähren sich fast ausschließlich von Lupinen. Während sich die Nager unaufhörlich durch die verwüstete Landschaft graben, bilden die Lupinen eine verlässliche Nahrungsquelle. Im Gegenzug spielen die Taschenratten bei der Verbreitung der Blumen eine wichtige Rolle. Es ist das unermüdliche Graben der Taschenratten, das den Boden für die Wiederbesiedlung der Pflanzenwelt bereitet. Schon nach zwei Jahren haben Lupinen und Taschenratten den Boden so weit mit Nährstoffen versorgt, dass nun auch andere Pflanzen hier gedeihen können. Wenige Jahre nach dem Ausbruch leuchten an den Ufern des Spirit Lake wieder farbenprächtige Blumenwiesen. Den Blumen folgen Insekten. Überall entstehen nun kleine Oasen, in denen es krabbelt und summt. Die neue Vegetation bietet jetzt auch Deckung für die Falkennachtschwalden, die mitten in den Lupinen ihre Jungen großziehen. Heute hat sich am Fuß des Mount St. Helens eine kleine grüne Wildnis ausgebreitet. Weidenbüsche bilden ideale Versteckmöglichkeiten auch für kleine Säugetiere, die Charlie in mit Erdnussbutter und Haferflocken bestückten Fallen fängt. Jedes Tier wird sorgfältig registriert und genau bestimmt. So lässt sich herausfinden, wer wann diese Oasen besiedelt. Die Vapitis gehören zu den erfolgreichsten Pionieren am Mount St. Helens. Schnell haben sie das offene Land am Fuß des Vulkans wieder in Besitz genommen. Jahr für Jahr. Jahr für Jahr werden die Herden an den Hängen des Berges größer. Unter den wachsamen Augen der Elterntiere macht ein Hirschkalb seine ersten wackeligen Schritte. Bis zur Brunft sind noch ein paar Monate Zeit. Doch dieser Hirsch scheint sich bereits jetzt wieder für die Weibchen zu interessieren. Auch die Vapitis sind ein wichtiger Faktor im Regenerationsprozess der Natur. Mit ihren Hufen brechen sie die hart gewordene Vulkanasche auf. So können Regen und Schnee die Asche mit dem fruchtbaren Boden vermischen. In ihrem Fell und mit ihrem Kot bringen die Vapitis Pflanzensamen in die karge Landschaft. In gewisser Weise säen die Hirsche ihr eigenes Grasland. Der Mount St. Helens wurde schon vor 1980 sorgfältig überwacht. Doch seit seinem Ausbruch zeichnen die Experten des US Geological Survey jede auch noch so kleine Regung des Vulkans auf. Regelmäßig fliegt der Geologe John Major in den Krater. Denn seit dem Ausbruch haben die titanischen Kräfte im Inneren des Vulkans einen gewaltigen Lavadom heranwachsen lassen. John und seine Kollegen haben ein Netzwerk modernster Überwachungstechnik im Krater installiert. Diese Geräte gilt es zu warten und zu erneuern. Der Krater ist ein gefährlicher Ort. Giftige Gase strömen aus Ritzen und Spalten. Dazu kommt der allgegenwärtige Steinschlag. Das ist John Majors Arbeitsplatz. Wir verwenden verschiedene Instrumente, um einen möglichen Ausbruch vorhersagen zu können. Sobald sich im Inneren des Berges Magma bewegt, bricht der Fels und es werden Erdbeben ausgelöst. Diese Erschütterungen werden von unseren Seismografen aufgezeichnet. Die Bewegungen des Magmas verformen den Vulkan und diese Deformationen werden von unseren GPS-Geräten erfasst und vermessen. Schon kurze Zeit nach der Explosion war der Berg wieder aktiv. Der neuerliche Aufbau des Vulkans begann im Herzen des Kraters. Aus den Tiefen des Berges wurde heißes Gestein in die Höhe gepresst. Erdbeben erschütterten den Berg und immer wieder stiegen Aschewolken in den Himmel. In der Mitte der 80er Jahre ist ein Lavadom von über 400 Metern, höher als der Berliner Fernsehturm, entstanden. Seit 1986 wächst der Lavadom nicht mehr. Es ist ruhig geworden am Mount St. Helens. Vorerst. Als der Berg explodiert, rast mit der heißen Druckwelle eine gewaltige Geröll- und Schlammlawine in den Spirit Lake. Für Fische und alle anderen Lebewesen gibt es kein Entrinnen. Das viele organische Material, das in den See gerissen wird, verändert die Chemie des Wassers dramatisch. Bald ist auch der Sauerstoff aufgebraucht. Aus dem glasklaren Bergsee ist eine lebensfeindliche Brühe geworden. Musik Auf dem See treiben hunderttausende Bäume, die die Flutwelle von den gegenüberliegenden Berghängen mitgerissen hat. Musik Dieser riesige Teppich aus Treibholz macht den See völlig unberechenbar. Schon beim leichtesten Windhauch driften die Bäume von einem Ufer zum anderen und blockieren oft über Tage ganze Buchten. Musik Auch 30 Jahre nach der Eruption ist der Spirit Lake noch von unzähligen Bäumen bedeckt. Die Stämme der Douglasien halten Wasser, Wind und den ständigen Kollisionen stand. Musik Die Hemlock- und Purpur-Tannen konnten den Umwelteinflüssen nicht standhalten und sanken. Sie bilden eine märchenhafte Unterwasserlandschaft. Musik Charlie Chrysifoli hat die langsame, aber stete Erholung des Sees dokumentiert. Schon 1983, drei Jahre nach der Eruption, gab es wieder Sauerstoff im See. Und das Wasser wurde allmählich klar. Anfangs war das Wasser so schwarz, dass man nicht einmal seine Finger sehen konnte. Ein paar Jahre später sah man wieder rund einen Meter weit. Dadurch konnte auch das Licht wieder tiefer in den See vordringen. Es bildete sich Sauerstoff, denn Phytoplankton, die Basis der Nahrungskette, hatte sich angesiedelt. Insgesamt gab es Ende der 80er Jahre wieder mehr als 135 pflanzliche Planktonarten im See. Davon ernähren sich tierisches Plankton und winzige Insekten. Seit Anfang der 90er Jahre unterscheidet sich die Nahrungskette im Spirit Lake kaum mehr von jener in anderen Bergseen. Musik Bei seinen Fischzügen findet Charlie nun auch immer mehr Wasserflöhe im Netz. Diese Krebstierchen reagieren extrem empfindlich auf Schadstoffe im Wasser. Ihr gehäuftes Auftreten bedeutet, schon zehn Jahre nach dem Vulkanausbruch hat der See wieder seine ursprüngliche Wasserqualität. Viel früher als alle Wissenschaftler vorausgesagt hatten. Musik Viele geologische Geheimnisse konnten die Wissenschaftler hingegen weitgehend lösen. Die chemische Zusammensetzung des Magmas erklärt, warum der Vulkan als einer der explosivsten gilt. Das Magma, das der Mount St. Helens bei seinen Eruptionen ausstößt, erstarrt zu Dazit, einem Gestein mit sehr hohem Silikatgehalt. Und je mehr Silikat im Magma, desto explosiver die Eruptionen. Der Mount St. Helens war schon im Jahr 1480 ausgebrochen. Die Eruption damals war fast fünfmal so stark wie die im Jahr 1980. Der Berg, wie wir ihn vor 1980 kannten, ist ein relativ junger Vulkan und nicht mehr als 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Das Gestein, das wir in den Kraterwänden sehen können, ist viel älter. Der Berg ist mindestens 300.000 Jahre als Vulkan aktiv. Der Ausbruch von 1980, so gewaltig und verheerend er auch war, ist bei weitem nicht die grösste Eruption in der Geschichte des Vulkans. Wir wissen, dass es in den vergangenen 20.000 Jahren mindestens vier grosse Erdrutsche gab, die den Berg in sich zusammenfallen ließen. Doch jedes Mal hat sich der Vulkan wieder selbst aufgebaut. Die Hänge des Mount St. Helens waren seit Jahrhunderten bewaldet. Doch die von der Explosion ausgelöste Druckwelle walzte in der sogenannten Blowdown Zone alles nieder. Aber nicht jeder Baum war betroffen. An manchen Stellen, an der von der Druckwelle abgewandten Seite, überlebten ein paar kleine Bäumchen. Sie bildeten die Keimzelle der Wiederkehr des Waldes. 15 Jahre nach der Katastrophe hat sich das eintönige Grau in zartes Grün verwandelt. Und heute sind schon wieder vereinzelt junge Bäume zu sehen. Am St. Charles Lake sorgte das hügelige Gelände dafür, dass sich die Druckwelle nicht gleichmäßig ausbreiten konnte. Hier musste die Natur nicht völlig von Neuem beginnen. Schon ein Jahr nach dem Ausbruch siedeln sich wieder Vögel in der Nähe des Berges an. Goldspechte gehören zu den ersten, die die abgestorbenen Bäume zu Nisthöhlen umfunktionieren. Heute bevölkern wieder Dutzende Vogelarten das Land am Fuße des Vulkans. Erdhörnchen und Murmeltiere haben sich dazugesellt. Und sogar die kleinen Streifenhörnchen haben den weiten Weg hierher geschafft. Im Mai 1980 waren viele Bergseen von Eis und Schnee bedeckt, als die Druckwelle über sie hinweg raste. Für viele Pflanzen und Tiere war dieser Eispanzer der rettende Schutzschild. Einige der Überlebenden sehen aus wie kleine Drachen. Es sind die Larven des Querzahnmolchs. Beim Studium dieser faszinierenden Tiere hat Charlie während der vergangenen Jahrzehnte eine dramatische Veränderung ihrer Entwicklung beobachtet. Normalerweise bilden sich bei den Querzahnmolchen nach 15 Monaten die Kiemen zurück und die Tiere gehen an Land, um fortan im Schatten der Baumriesen zu leben. Doch diese Bäume gibt es nicht mehr. Und so durchleben viele Molche keine Metamorphose und bleiben im Wasser. Sie behalten ihre Larvengestalt und sind dennoch geschlechtsreif. Querzahnmolche, die ihre Metamorphose vollzogen haben, sehen sich allen möglichen Widrigkeiten ausgesetzt. Erbarmungslos brennt die Sonne auf die kleinen Tiere, die feuchtes Moos und dichte Ufervegetation gewöhnt sind. Dieser Molch muss nun schnell kühlen Schatten finden. In den vergangenen Jahren wurden auch die durch den Vulkanausbruch neu entstandenen Seen von Molchen und Kröten besiedelt. Wie konnten sie den oft kilometerweiten Weg durch die sengend heiße Aschewüste schaffen? Hier zeigt sich, wie komplex und vernetzt Ökosysteme sein können. Vapitis und Taschenratten spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Molche. Die kleinen Nager sind ohne Unterlass damit beschäftigt, ein weitläufiges Tunnelnetzwerk in den Boden zu graben. Bei ihren Wanderungen über die Aschewelder brechen die Vapitis immer wieder das Röhrensystem der Taschenratten auf. Diese Löcher sind willkommene Rastplätze für schattensuchende Amphibien. Hier ist es 10 bis 15 Grad kühler als in der Sonne. Doch Querzahnmolche sind nicht die einzigen, die schattige Höhlen zu schätzen wissen. In diesem Loch hat sich eine stattliche Polarkröte breitgemacht. Dem Molch bleibt das Schicksal der Heuschrecke erspart. Die Taschenratten scheinen von den Besuchen der Molche und Kröten nicht begeistert zu sein. Sobald sie irgendwo Licht entdecken, beginnen sie, ihr Tunnelsystem so schnell wie möglich zu reparieren. Von Taschenrattenbau zu Taschenrattenbau. So haben es die Querzahnmolche Mitte der 90er Jahre bis zum Spirit Lake geschafft und den See wieder besiedelt. Im Nordwesten der USA kommt der Winter schnell. Meist bleibt der erste Schnee bereits im November liegen. Und dann bestimmen Eis und Kälte fast ein halbes Jahr das Geschehen. Der Vulkanausbruch hat das Klima am Berg nachhaltig verändert. Die tiefen Wälder von einst sind zur Bimsstein-Ebene geworden. Lagen früher an den Hängen des Vulkans mehrere Meter Schnee. So sind heute auf der waldlosen Pammes Plain und am Ufer der Spirit Lake nur noch wenige Zentimeter der weißen Pracht zu finden. Auch der Spirit Lake selbst hat einen dramatischen Wandel erfahren. Das Treibholz verhindert, dass der See trotz klirrender Kälte zufriert. Eis und Schnee im Überfluss gibt es hingegen im Krater des Vulkans. Hier hat sich ein gewaltiger Gletscher gebildet. Der Kratergletscher am Mount St. Helens ist Nordamerikas jüngster Gletscher. Staub, Steine und Felsbrocken bilden im Sommer eine wirkungsvolle Isolierschicht. So konnte das Eis auf eine Dicke von 150 Metern anwachsen. Dieser Gletscher hat zwei Besonderheiten. Er ist der einzige Nordamerikas, der kontinuierlich wächst. Und der einzige, der ungewöhnlich schnell fließt. Der Grund dafür, der Gletscher ist zwischen dem Kraterrand und dem Laberdom gefangen. Und als der Dom langsam nach oben gewuchtet wurde, musste das Eis nach unten ausweichen. Die Gletscherbäche, die aus dem Krater fließen, versorgen das Land am Fuß des Vulkans mit dem dringend benötigten Wasser. Milchig-weiß, durch vom Gletscher fein zermahlenes Gestein, transportieren die Bäche jährlich Tonnen von Nährstoffen in die Bimsstein-Ebene. Als am 18. Mai 1980 die Nordflanke des Berges abrutschte, schoss der Großteil der Steine und des Gerölls durch das Flusstal des Total River. Heute liegt der Talboden unter vulkanischem Schutt. Bäche und Flüsse mussten sich erst ein neues Bett graben. Es ist eine völlig neue Landschaft entstanden, die von Tümpeln und Seen geprägt wird. Auch hier sind es Vögel, die als erste diesen Lebensraum nutzen. Nur sechs Jahre nach dem Ausbruch haben die effizientesten tierischen Landschaftsgestalter hier ihre Spuren hinterlassen. Die Biber sind zurück am Mountain Talons. Mit ihren Dämmen bremsen sie sich erst. In den künstlich geschaffenen Stauräumen siedeln sich Pflanzen an, die den Bibern wiederum als Nahrung dienen. Die von den Bibern aufgestauten Gewässer sind ein idealer Lebensraum für Frösche und Kröten. Überall auf der Welt sind Amphibien bedroht. Nur das Land rund um den Mount St. Talons ist eine Ausnahme. Hier entwickeln sie sich prächtig. Jedes Frühjahr wimmelt es in den Seen und Tümpeln von Millionen und Abermillionen Kaulquappen. Der Nachwuchs der Polarkröte ist auf Futtersuche. Das überreiche Nahrungsangebot lockt auch Jäger an. Unablässig stellen Strumpfbandnattern den kleinen Kaulquappen nach. An den Ufern wächst saftiges Gras. Und die dichten Büsche sind ein willkommener Unterstand für die Vapitis. 30 Jahre nach dem Ausbruch des Mount St. Talons hat das Leben Stück um Stück des verwüsteten Landes zurückerobert. Häufig war es ein harter Kampf, der viele Opfer forderte. Und über allem thront als ständige Bedrohung der Vulkan. Denn der Mount St. Talons ist nicht erloschen. Ganz im Gegenteil. In den vergangenen Jahren war er wieder aktiv. John Major hat diese Aktivität mit Zeitraffer-Kameras dokumentiert. Die Bilder zeigen, wie die gewaltigen Kräfte aus dem Erdinneren heißes Gestein so groß wie Hochhäuser aus dem Kraterboden pressen. Seit Ende 2008 ruht der Vulkan. Der Druck im Inneren reicht nicht aus, um neues Gestein an die Oberfläche zu wuchten. Aber das kann sich jederzeit wieder ändern. Es war einmal ein Berg, der einst binnen weniger Minuten seinen Gipfel verlor und das Land ringsum verwüstete. Doch schon bald begannen Pflanzen und Tiere, das verlorene Paradies zurückzuerobern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die großen Helden dieser Geschichte sind die Lupinen und die kleine Taschenratte. Die ersten Pioniere im zerstörten Land. Es ist die wahre Geschichte von der Wiederkehr des Lebens an den Mount St. Talons. Die Geschichte vom Sieg des Lebens über Verwüstung und Tod. Doch diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Gespannt warten Charlie Chrysifoli und John Major auf das nächste Kapitel in der so wechselvollen, dramatischen Chronik dieses Vulkans. Ich würde nur allzu gerne einen weiteren Ausbruch erleben. Der Mount St. Talons war für mich 30 Jahre lang ein unerschöpfliches Forschungslabor. Ich wäre sehr gespannt herauszufinden, ob meine Forschungsergebnisse bei einem weiteren Ausbruch noch immer Bestand hätten. Das letzte Wort aber hat der Mount St. Talons. Es ist keine Frage, ob er wieder ausbrechen wird, sondern nur wann. Wann wird er zu neuem Leben erwachen? Und wie gewaltig wird der Ausbruch sein? Wie groß wird er sein? Wie groß wird er sein? In den künstlich geschaffenen Stauräumen siedeln sich Pflanzen an, die den Bibern wiederum als Nahrung dienen. Die von den Bibern aufgestauten Gewässer sind ein idealer Lebensraum für Frösche und Kröten. Überall auf der Welt sind Amphibien bedroht. Nur das Land rund um den Mount St. Talens ist eine Ausnahme. Hier entwickeln sie sich prächtig. Jedes Frühjahr wimmelt es in den Seen und Tümpeln von Millionen und Abermillionen Kaulquappen. Der Nachwuchs der Polarkröte ist auf Futtersuche. Das überreiche Nahrungsangebot lockt auch Jäger an. Unablässig stellen Strumpfbandnattern den kleinen Kaulquappen nach. An den Ufern wächst saftiges Gras. Und die dichten Büsche sind ein willkommener Unterstand für die Vapitis. 30 Jahre nach dem Ausbruch des Mount St. Talens hat das Leben Stück um Stück des verwüsteten Landes zurückerobert. Häufig war es ein harter Kampf, der viele Opfer forderte. Und über allem thront als ständige Bedrohung der Vulkan. Denn der Mount St. Talens ist nicht erloschen. Ganz im Gegenteil. In den vergangenen Jahren war er wieder aktiv. John Major hat diese Aktivität mit Zeitraffer-Kameras dokumentiert. Die Bilder zeigen, wie die gewaltigen Kräfte aus dem Erdinneren heißes Gestein so groß wie Hochhäuser aus dem Kraterboden pressen. Seit Ende 2008 ruht der Vulkan. Der Druck im Inneren reicht nicht aus, um neues Gestein an die Oberfläche zu wuchten. Aber das kann sich jederzeit wieder ändern. Es war einmal ein Berg, der einst binnen weniger Minuten seinen Gipfel verlor und das Land ringsum verwüstete. Doch schon bald begannen Pflanzen und Tiere das verlorene Paradies zurückzuerobern. Charlie Crisifoli war von Anfang an dabei. Wir kamen 1980, wenige Tage nach dem Ausbruch an den Mount St. Talens. Wir waren mit einem Helikopter von einem der umliegenden Waldgebiete aufgebrochen. Als ich hier eintraf, war ich völlig schockiert, richtiggehend sprachlos. Ich konnte einfach nicht glauben, was ich sah. Soweit das Auge reichte, gab es kein einziges Anzeichen von Leben. Ich fragte mich, ob Tiere oder Pflanzen so eine Katastrophe überhaupt überleben können. Ob es jemals wieder so aussehen würde wie früher. Würde es die Natur schaffen, das Land wieder zu besiedeln? Der Mount St. Talens liegt an einer geologisch äußerst aktiven Zone. Er ist Teil des sogenannten Ring of Fire, des pazifischen Feuerrings. Dieser Vulkangürtel umschließt den gesamten pazifischen Ozean, von der Berikstraße bis Neuseeland und von Südamerika bis Alaska. Entlang dieses Gürtels stoßen und zerren Kontinentalplatten aneinander. Und das führt immer wieder zu verheerenden Erdbeben und schweren Vulkanausbrüchen. Der Mount St. Talens sitzt auf einem dieser Hotspots. Gemeinsam mit drei anderen Vulkanen. Der Mount Hood im Süden, der Mount Rainier im Norden und im Osten der Mount Adams. Gemeinsam bilden sie ein gefährliches vulkanisches Quartett. Unweit des Mount St. Talens wird die kleine Juan de Fucca-Platte langsam unter die riesige nordamerikanische Kontinentalscholle gedrückt und aufgeschmolzen. Durch Risse im Erdmantel steigt das geschmolzene Gestein nach oben, kühlt ab und verschließt die Risse. Wird der Druck im Vulkan zu groß, explodiert der Berg. Genau das geschieht am Morgen des 18. Mai 1980. Das ist die Rekonstruktion der Katastrophe in Echtzeit, basierend auf 24 Fotos. Um 8.32 Uhr lässt ein Erdbeben die gesamte Nordflanke des Mount St. Talens abrutschen. Eine gigantische Schlamm- und Gerölllawine, durchsetzt mit Eis und Schnee, donnert ins Tal. Von der Last des Berghangs befreit, entlädt sich die im Inneren des Vulkans aufgestaute Energie in einer verheerenden Explosion. Nach dem Erdrutsch überrollt eine mehr als 300 Grad heiße Glutlawine aus Gas, Geröll, zerschmetterten Bäumen und Felsblöcken die Wälder und walzt alles nieder. Dutzende Vogelarten das Land am Fuße des Vulkans. Erdhörnchen und Murmeltiere haben sich dazugesellt. Und sogar die kleinen Streifenhörnchen haben den weiten Weg hierher geschafft. Im Mai 1980 waren viele Bergseen von Eis und Schnee bedeckt, als die Druckwelle über sie hinweg raste. Für viele Pflanzen und Tiere war dieser Eispanzer der rettende Schutzschild. Einige der Überlebenden sehen aus wie kleine Drachen. Es sind die Larven des Querzahnmolchs. Beim Studium dieser faszinierenden Tiere hat Charlie während der vergangenen Jahrzehnte eine dramatische Veränderung ihrer Entwicklung beobachtet. Normalerweise bilden sich bei den Querzahnmolchen nach 15 Monaten die Kiemen zurück und die Tiere gehen an Land, um fortan im Schatten der Baumriesen zu leben. Doch diese Bäume gibt es nicht mehr. Und so durchleben viele Molche keine Metamorphose und bleiben im Wasser. Sie behalten ihre Larvengestalt und sind dennoch geschlechtsreif. Querzahnmolche, die ihre Metamorphose vollzogen haben, sehen sich allen möglichen Widrigkeiten ausgesetzt. Erbarmungslos brennt die Sonne auf die kleinen Tiere, die feuchtes Moos und dichte Ufervegetation gewöhnt sind. Dieser Molch muss nun schnell kühlen Schatten finden. In den vergangenen Jahren wurden auch die durch den Vulkanausbruch neu entstandenen Seen von Molchen und Kröten besiedelt. Wie konnten sie den oft kilometerweiten Weg durch die sengend heiße Aschewüste schaffen? Hier zeigt sich, wie komplex und vernetzt Ökosysteme sein können. Vapitis und Taschenratten spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Molche. Die kleinen Nager sind ohne Unterlass damit beschäftigt, ein weitläufiges Tunnelnetzwerk in den Boden zu graben. Bei ihren Wanderungen über die Aschewelder brechen die Vapitis immer wieder das Röhrensystem der Taschenratten auf. Der Kratergletscher am Mount St. Helens ist Nordamerikas jüngster Gletscher. Staub, Steine und Felsbrocken bilden im Sommer eine wirkungsvolle Isolierschicht. So konnte das Eis auf eine Dicke von 150 Metern anwachsen. Dieser Gletscher hat zwei Besonderheiten. Er ist der einzige Nordamerikas, der kontinuierlich wächst. Und der einzige, der ungewöhnlich schnell fließt. Der Grund dafür, der Gletscher ist zwischen dem Kraterrand und dem Laberdom gefangen. Und als der Dom langsam nach oben gewuchtet wurde, musste das Eis nach unten ausweichen. Die Gletscherbäche, die aus dem Krater fließen, versorgen das Land am Fuß des Vulkans mit dem dringend benötigten Wasser. Milchig-weiß, durch vom Gletscher fein zermahlenes Gestein, transportieren die Bäche jährlich Tonnen von Nährstoffen in die Bimsstein-Ebene. Als am 18. Mai 1980 die Nordflanke des Berges abrutschte, schoss der Großteil der Steine und des Gerölls durch das Flusstal des Total River. Heute liegt der Talboden unter vulkanischem Schutt. Bäche und Flüsse mussten sich erst ein neues Bett graben. Es ist eine völlig neue Landschaft entstanden, die von Tümpeln und Seen geprägt wird. Auch hier sind es Vögel, die als erste diesen Lebensraum nutzen. Nur sechs Jahre nach dem Ausbruch haben die effizientesten tierischen Landschaftsgestalter hier ihre Spuren hinterlassen. Die Biber sind zurück am Mount St. Talons. Musik Gelitten hat, ist die Pommes Plain, die Bimsstein-Ebene. Hier war extrem heißer, mit Gas angereicherter Bimsstein, mit hoher Geschwindigkeit über die Ebene gerast und hatte alles lebend vernichtet. In nur vier Stunden wurde das Land zu einer riesigen, sterilen Wüste. Nichts konnte das Inferno direkt am Fusse des Vulkans überlebt haben. 1982 flogen wir in einem Helikopter in geringer Höhe über die Pommes Plain. Plötzlich entdeckten wir eine einzelne Lupine. Genau hier, nur einen Meter hinter mir. Wir landeten und untersuchten die Pflanze. Es war tatsächlich eine Prairie-Lupine. Doch wie war die Pflanze hierher gekommen? Und wie konnte sie in dieser lebensfeindlichen Umgebung gedeihen? Der Same dieser Pflanze, die hier als erste Wurzeln schlug, stammt wahrscheinlich von einer Lupine, die auf der der Explosion abgewandten Seite überlebt hatte. Die Fähigkeit der Pflanze, mit Hilfe von Bakterien Stickstoff aus der Luft zu binden, lässt sie auch auf kargstem Boden wachsen. Charlie machte eine weitere faszinierende Entdeckung. Die Lupine und die Taschenratte sind Teil einer nahezu unglaublichen Symbiose. Die kleinen Taschenratten ernähren sich fast ausschließlich von Lupinen. Während sich die Nager unaufhörlich durch die verwüstete Landschaft graben, bilden die Lupinen eine verlässliche Nahrungsquelle. Im Gegenzug spielen die Taschenratten bei der Verbreitung der Blumen eine wichtige Rolle. Es ist das unermüdliche Graben der Taschenratten, das den Boden für die Wiederbesiedlung der Pflanzenwelt bereitet. Schon nach zwei Jahren haben Lupinen und Taschenratten den Boden so weit mit Nährstoffen versorgt, dass nun auch andere Pflanzen hier gedeihen können. Wenige Jahre nach dem Ausbruch leuchten an den Ufern der Spirit Lake wieder farbenprächtige Blumenwiesen. Den Blumen folgen Insekten. Überall entstehen nun kleine Oasen, in denen es krabbelt und summt. Die neue Vegetation bietet jetzt auch Deckung für die Falkennachtschwalben, die mitten in den Lupinen ihre Jungen großziehen. Heute hat sich am Fuss des Mount St. Helens eine kleine grüne Wildnis ausgebreitet. Weidenbüsche bilden ideale Versteckmöglichkeiten. Wenn gewuchtet wurde, musste das Eis nach unten ausweichen. Die Gletscherbäche, die aus dem Krater fließen, versorgen das Land am Fuss des Vulkans mit dem dringend benötigten Wasser. Milchig-weiß, durch vom Gletscher fein zermahlenes Gestein, transportieren die Bäche jährlich Tonnen von Nährstoffen in die Bimsstein-Ebene. Als am 18. Mai 1980 die Nordflanke des Berges abrutschte, schoss der Großteil der Steine und des Gerölls durch das Flusstal des Total River. Heute liegt der Talboden unter vulkanischem Schutt. Bäche und Flüsse mussten sich erst ein neues Bett graben. Es ist eine völlig neue Landschaft entstanden, die von Tümpeln und Seen geprägt wird. Auch hier sind es Vögel, die als erste diesen Lebensraum nutzen. Nur sechs Jahre nach dem Ausbruch haben die effizientesten tierischen Landschaftsgestalter hier ihre Spuren hinterlassen. Die Biber sind zurück am Mountain Talons. Mit ihren Dämmen bremsen sie sich erst. In den künstlich geschaffenen Stauräumen siedeln sich Pflanzen an, die den Bibern wiederum als Nahrung dienen. Die von den Bibern aufgestauten Gewässer sind ein idealer Lebensraum für Frösche und Kröten. Überall auf der Welt sind Amphibien bedroht. Nur das Land rund um das überreiche Nahrungsangebot lockt auch Jäger an. Unablässig stellen Strumpfbandnattern den kleinen Kaulquappen nach. An den Ufern wächst saftiges Gras. Und die dichten Büsche sind ein willkommener Unterstand für die Vapitis. 30 Jahre nach dem Ausbruch des Mount St. Hallens hat das Leben Stück um Stück des verwüsteten Landes zurückerobert. Häufig war es ein harter Kampf, der viele Opfer forderte. Und über allem thront als ständige Bedrohung der Vulkan. Denn der Mount St. Hallens ist nicht erloschen. Ganz im Gegenteil. In den vergangenen Jahren war er wieder aktiv. John Major hat diese Aktivität mit Zeitraffer-Kameras dokumentiert. Die Bilder zeigen, wie die gewaltigen Kräfte aus dem Erdinneren, heißes Gestein so groß wie Hochhäuser aus dem Kraterboden pressen. Seit Ende 2008 ruht der Vulkan. Der Druck im Inneren reicht nicht aus, um neues Gestein an die Oberfläche zu wuchten. Aber das kann sich jederzeit wieder ändern. Es war einmal ein Berg, der einst binnen weniger Minuten seinen Gipfel verlor und das Land ringsum verwüstete. Doch schon bald begannen Pflanzen und Tiere, das verlorene Paradies zurückzuerobern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Die großen Helden dieser Geschichtlaste In den europäischen Ströme verwandelte sich das Eis schlagartig in Dampf und riss unzählige Krater in das Land. Zurück blieb nichts als dampfender Bimsstein. Alles Leben wurde ausgelöscht. Auch im Spirit Lake wurde, vielleicht mit Ausnahme einiger Bakterien, alles Leben vernichtet. Das heiße Geröll und die vulkanischen Gase der Druckwelle haben das Wasser zum Kochen gebracht. Die Gerölllawine ließ den Wasserspiegel des Sees um mehr als 60 Meter ansteigen. Und die Flutwelle riss hunderttausende Bäume, tonnernd von Gestein und unzählige Tierkadaver in den See. Der Spirit Lake ist zwar nicht verschwunden, aber die heiße, dampfende Brühe hat mit einem klaren Bergsee nichts mehr gemein. Das Tal des Total River wird ebenfalls von der vollen Wucht des Ausbruchs erfasst. 21 Kilometer weit rast eine Schlamm- und Gerölllawine das Flusstal hinunter und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Heute ist das Tal rund 40 Meter tief unter Schutt und Asche begraben. Das größte von der Explosion in Mitleidenschaft gezogene Gebiet ist die sogenannte Blow-Down-Zone. Die Energie des Ausbruchs reichte zwar nicht mehr aus, um das Land völlig zu vernichten, doch im Umkreis von 30 Kilometern wurden jahrhundertealte Bäume entwurzelt oder wie Streichhölzer umgeknickt. Am Rand dieser Zone konnten die Bäume der Druckwelle standhalten. Doch ihre Äste sind verbrannt und zeugen noch heute, 30 Jahre nach dem Ausbruch, von der schier unermesslichen Gewalt der Eruption. An diesem Tag verlor der Mount St. Talons 400 Meter seines Gipfels und die komplette Nordflanke. Zurück blieb ein hufeisenförmiger Krater von zwei Kilometern Durchmesser. Nur wenige Wochen nach der Katastrophe beginnen Wissenschaftler mit einer ersten Bestandsaufnahme. Unter ihnen ist der junge Charlie Chrysifoli. Nichts hätte mich auf das gewaltige Ausmaß der Zerstörung vorbereiten können. Alles war verwüstet. Es gab nichts als Asche. Und nirgends auch nur das geringste Anzeichen von Leben. Die ersten Suchexpeditionen sind gefährlich. Der Berg wird von Erdbeben erschüttert und kann jeden Moment wieder ausbrechen. Zu dieser... Jene Zone, die am meisten unter dem Ausbruch gelitten hat, ist die Pummers Plain, die Bimsstein-Ebene. Hier war extrem heißer, mit Gas angereicherter Bimsstein, mit hoher Geschwindigkeit über die Ebene gerast und hatte alles lebend vernichtet. In nur vier Stunden wurde das Land zu einer riesigen, sterilen Wüste. Nichts konnte das Inferno direkt am Fuße des Vulkans überlebt haben. 1982 flogen wir in einem Helikopter in geringer Höhe über die Pummers Plain. Plötzlich entdeckten wir eine einzelne Lupine. Genau hier, nur einen Meter hinter mir. Wir landeten und untersuchten die Pflanze. Es war tatsächlich eine Prairie-Lupine. Doch wie war die Pflanze hierher gekommen? Und wie konnte sie in dieser lebensfeindlichen Umgebung gedeihen? Der Same dieser Pflanze, die hier als erste Wurzeln schlug, stammt wahrscheinlich von einer Lupine, die auf der der Explosion abgewandten Seite überlebt hatte. Die Fähigkeit der Pflanze, mit Hilfe von Bakterien Stickstoff aus der Luft zu binden, lässt sie auch auf kargstem Boden wachsen. Charlie machte eine weitere faszinierende Entdeckung. Die Lupine und die Taschenratte sind Teil einer nahezu unglaublichen Symbiose. Die kleinen Taschenratten ernähren sich fast ausschließlich von Lupinen. Während sich die Nager unaufhörlich durch die verwüstete Landschaft graben, bilden die Lupinen eine verlässliche Nahrungsquelle. Im Gegenzug spielen die Taschenratten bei der Verbreitung der Blumen eine wichtige Rolle. Es ist das unermüdliche Graben der Taschenratten, das den Boden für die Wiederbesiedlung der Pflanzenwelt bereitet. Schon nach zwei Jahren haben Lupinen und Taschenratten den Boden so weit mit Nährstoffen versorgt, dass nun auch andere Pflanzen hier gedeihen können. Wenige Jahre nach dem Ausbruch leuchten an den Ufern des Spirit Lake wieder farbenprächtige Blumenwiesen. Den Blumen folgen Insekten. Überall entstehen nun kleine Oasen, in denen es krabbelt und summt. Die neue Vegetation bietet jetzt auch Deckung für die Falkennachtschwalden, die mitten in den Lupinen ihre Jungen großziehen. Heute hat sich am Fuß des Mount St. Helens eine kleine grüne Wasser. Ihr gehäuftes Auftreten bedeutet, schon zehn Jahre nach dem Vulkanausbruch hat der See wieder seine ursprüngliche Wasserqualität. Viel früher, als alle Wissenschaftler vorausgesagt hatten. Viele geologische Geheimnisse konnten die Wissenschaftler hingegen weitgehend lösen. Die chemische Zusammensetzung des Magmas erklärt, warum der Vulkan als einer der explosivsten gilt. Das Magma, das der Mount St. Helens bei seinen Eruptionen ausstößt, erstarrt zu Dazit, einem Gestein mit sehr hohem Silikatgehalt. Und je mehr Silikat im Magma, desto explosiver die Eruptionen. Der Mount St. Helens war schon im Jahr 1480 ausgebrochen. Die Eruption damals war fast fünfmal so stark wie die im Jahr 1980. Der Berg, wie wir ihn vor 1980 kannten, ist ein relativ junger Vulkan und nicht mehr als 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Das Gestein, das wir in den Kraterwänden sehen können, ist viel älter. Der Berg ist mindestens 300.000 Jahre als Vulkan aktiv. Der Ausbruch von 1980, so gewaltig und verheerend er auch war, ist bei weitem nicht die grösste Eruption in der Geschichte des Vulkans. Wir wissen, dass es in den vergangenen 20.000 Jahren mindestens vier grosse Erdrutsche gab, die den Berg in sich zusammenfallen ließen. Doch jedes Mal hat sich der Vulkan wieder selbst aufgebaut. Die Hänge des Mount St. Helens waren seit Jahrhunderten bewaldet. Doch die von der Explosion ausgelöste Druckwelle walzte in der sogenannten Blowdown Zone alles nieder. Aber nicht jeder Baum war betroffen. An manchen Stellen, an der von der Druckwelle abgewandten Seite, überlebten ein paar kleine Bäumchen. Sie bildeten die Keimzelle der Wiederkehr des Waldes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017